Einige falsche Prediger behaupten, der Prophet Ibrahim hätte gelogen. Was sagst du dazu? Gleich vorneweg, Allah hat die Propheten vor der Lüge geschützt. Kein Prophet hat jemals gelogen, weder vor dem Prophetentum noch nach dem Prophetentum. Und wer etwas Gegensätzliches behauptet, gehört nicht zu den Muslimen. Denn hätte ein Prophet jemals gelogen, vor dem Prophetentum oder nach dem Prophetentum, dann hätten die Menschen gesagt, er hat doch damals gelogen. Woher sollen wir jetzt wissen, dass er die Wahrheit spricht, da wo er über Halal und über Haram spricht? Gott hat diese Tür zugelassen. So hat er die Propheten vor jeglicher Lüge geschützt und bewahrt. Und das, was über den Propheten Ibrahim erlogen wird, dass er gesagt hätte, die Sonne wäre sein Gott, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Diese Menschen verstehen die arabische Sprache nicht. Das, was der Prophet Ibrahim gesagt hat, möchte ich dir an einem Beispiel verdeutlichen. Würdest du bei mir eine Flasche Milch bestellen und ich würde dir stattdessen eine Flasche Wasser bringen, du würdest dann zu mir sagen, das ist Milch? Das bedeutet, das ist keine Milch. Und so hat auch der Prophet Ibrahim, nachdem Menschen seiner Zeit gesagt haben, dass die Sonne Gott wäre, er gesagt, das ist mein Gott. Das bedeutet, das ist nicht mein Gott. Denn die Sonne hat Form, hat Aussehen, hat Gestalt. Und Gott wird nicht mit diesen Eigenschaften beschrieben. Gott ähnelt nichts und niemandem. Er existiert ohne Ort und hat alles erschaffen. Und man darf ihn weder mit der Sonne noch mit irgendeinem anderen Geschöpf vergleichen. Und so war auch der Glaube eines jeden Propheten. Alle Propheten hatten diesen Glauben. Also bleibe standhaft und glaube nicht jedem dahergelaufenen auf TikTok und in den anderen sozialen Medien, wenn er über die Propheten lügt. Daul gibt es noch ein paar Songs. Deshalb ist das nicht so eine Frauen-Miche-Truppe.